Autschen Mano, da ist ne gelbe Blume Ey guck mal da ist n Zombie PUSH! Geh zu neben! PUSH! 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 Nice Alter PUSH! 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 Hallo! Hallo! Aua! Do you want to sterb? Guck mal hinter dir ist ein Skelett, wollte ich dir nur mal kurz sagen Und ein Mike! Hihiii! Aua! Ey, warum schlägt er mich? Er ist ein Verbündeter von mir Oh mein Gott, ich muss mal kurz regenerieren Nein! LOL Aua! LOL LOL Das möchte ich nicht! Nein! Da ist ein Creeper! Geh weg! Oh nein! Ich glaube die Creeper mögen dich heute nicht! Kannst du bitte mein Haus reparieren? Also beziehungsweise vor meinem Haus War schon so Super Machst du eigentlich die Löcher überhaupt mal zu? Wenn Da welche entstehen? Ja, bis zum nächsten Mal sind alle zu Okay, gut Okay, dann Dann überlasse ich dir das Dann ist das schön von dir Alter Heute müde die Creeper Wird dann auch mal wieder Tag? Heute müde die Creeper Heute müde die Creeper Keine Pfeile mehr wegen dir Kann ich doch nichts für Deine Schuld Ein bisschen Zucker Nein, das ist ein Zucker Und so Nein, danke Danke Au, ich hab die Schuhe ausgezogen Keine Ahnung warum Ich finde nicht, ist unsere Pferde wieder voll Au Und dann fliegst du weit weg Push Push to talk Ha! Oh Davon war ich nicht Ha! Nol Kann man eigentlich jetzt auch den Kopf bekommen? Ich möchte den Kopf Nein, du kannst mir den Kopf nicht bekommen Das geht hier nicht Jetzt nicht? Nein, das geht nur mit Mod-Perks Soweit ich weiß Oh, ich wollte jetzt den Kopf haben Und den anziehen Autschen Jetzt bin ich runtergefallen Nur wegen dir Toll Ach nee, du bist doch nicht Hä? Dann war ich eben gerade nur zu schlecht oder so Oh Irgendwie treffen meine Pfeile manchmal nicht, warum auch immer Das ist voll doof, ey Ja, die Pfeile Ja, ist so Hallo Miau, miau, miau Ich glaub Möchtest du nicht operieren lassen? Ein Pfeilstück dem Nein Nein, eigentlich nicht Ich hab auch einen Oh, jetzt ist der D-Spotter beim Kopf Den hab ich nicht gesehen Wart Jetzt hört man meine Maus Ups Das war knapp Man schießt hier keine Pfeile rum Dankeschön Ich hab deinen Teil geklaut Ich seh, wir sind wieder produktiv Ja, wir sind total produktiv Das bringt irgendwie gar nicht, was wir hier machen Wir sollten gleich noch eine Runde irgendwie Trouble in mein Wild oder sowas aufnehmen Ja, ich hab auch schon was So crittert man Okay, gut Lalalalalala Irgendwie lohnt es sich gar nicht, Rüstung zu verzaubern Wieso? Weil die so schnell kaputt geht Ja eben, wir brauchen mehr Diamanten Alles meins Aber ich glaub nicht, dann Soll ich off-screen-form Ich glaub nicht, nämlich dann wenn die Tüte Nämlich würde der jetzt eigentlich zum Strip-Mine gehen von mir aus Ich weiß nicht, oder was ist ein Zombie? Nee, nicht schlagen Hallo Freund Möchtest du ein bisschen Zucker? Ja Lol, der Zucker da und jetzt Tja Mein Zucker Haha Hast du nicht wieder gekriegt, glaub ich Der wär ja ein bisschen auf Koffein Ey guck mal, da ist ein Loch Ach Armando, warum leckt das denn so? Irgendwie leckt es manchmal ein bisschen Ich weiß nicht, ob das an meinem Internet liegt Oder woran das liegt Aber eigentlich hab ich ja gerade nichts offen Machen wir mal kurz Dropbox beenden Und Steam beenden Vielleicht liegt es ja da dran Und jetzt plötzlich Team Speak Batten Und ich hör dich nicht mehr Ach ne, wahrscheinlich liegt das an den An den ganzen Hühnern, die hier in der Nähe sind Wahrscheinlich leckt es ja durch die Hühner einfach so viel Kann sein Ich mach jetzt kurz meine eigene Gangs bezaubern Hm, ok Nein Willst du mich verarschen? Was denn? Was ist hier schon wieder ein Creeper in die Luft geflogen? Nee, war schon kaputt Oh man, oh Ich hab nen Lauf Ja, irgendwie schon Aber guck mal, da Einen Holzblock Habe ich wieder hingesetzt Cool, ne? Und da sind Bücher Ähm Obwohl das reicht ja eigentlich Ich meine, wir können ja bis Level 15 oder so verzaubern Ich glaube Level 15 ist mein Lieblingslevel Von daher Oder wir lassen es einfach so Weil jetzt können wir mit Level 20 verzaubern Wenn wir Level 20 sind, dann Haben wir eine Level 20 Verzauberung drauf Ja, stimmt Dann müssen wir nicht nach Level 20 suchen Moment, wie viele Bücher sind das denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Okay, zehn Bücher Mit zehn Büchern kann man sich Level 20 verzaubern Das ist schon gut zu wissen Dann fahr ich jetzt nochmal kurz ne Runde Mein Card Und dein Card Ich bin jetzt ein bisschen deprimiert Scheiß Creeper Geh weg Oh nein Yay Hey, da ist ein Ei auf der Strecke Geh da weg Und wieder 32 Körbisse mehr Ja, ich mag es Wie machen wir schon wieder Kürbiskuchen? Zucker Wenn Kürbisse und Milch Also wir bräuchten noch Kühe Dann könnten wir uns Kuchen Achso, äh Ne, Kürbiskuchen macht man aus LOL Sind die auch bei den Hühner? Ja Ja, die haben wir doch vorhin weggeschmissen Doch da sind jetzt wachsende Hühner Ja, die wachsen ja auch nach ner Zeit Ne, äh Normalen Kuchen Normalen Kuchen machst du mit Zuckermilch und Eiern Äh Körbiskuchen machst du mit Körbissen und Zucker, glaub ich Ich mach jetzt mal mit meinem Verbrennungsschwert alle killen Dann bekomm ich schön viel Fleisch Ich mach Kuchen Ich such kurz K... äh So... Kühe Dann können wir uns Kuchen machen Dann stellen wir uns ja einfach überall Kuchen hin Ja Und hier ist es einfach so ein riesiges Loch Und die wir dazu Und wir waren wieder vollproduktiv, ey So... Ups, oder? Okay, ich hab jetzt 54... ähm... 54 gebautene Hühner Okay Aber hier ist noch ein paar auf dem Weg Jetzt hab ich 61... 62... Aua 63... 64... Genau, ein Stack Okay Wo wollen denn hier überhaupt Kühe? Hier hinten waren noch irgendwo Kühe Soweit ich weiß Aber wieso... Möchtest du normale Kuchen machen? Ja... Äh... Wollen wir mal bei Gelegenheit... Hm? Was? Wie... Wie machen die Schülter herstellen? Äh... Mit... Milch... Und... Wasser... Äh... Nicht Wasser... Mit Milch... Und... Zucker... Und mit... ähm... Dingern was hier mit... Stimmt Weizen? Ne Weizen nicht Glaub ich Und Wild? Ich hab jetzt erst... äh... Und mit... Eiern Stimmt Dafür können wir zum Beispiel die ganzen Eier gebrauchen Wollen wir bei Gelegenheit mal den ganzen Wald abholzen? Das mach ich offscreen Nein Offscreen Das ist... äh... Das ist ja was Interessantes Mhm Also können wir das durch... Warte kurz... äh... Ich geh nur noch kurz hier rein Schwups Auti Okay, dann mach ich schon mal kurz mein Inventar... Ausklären wir haben irgendwie Holzmangel Äh... Was wollte ich denn jetzt machen? So, ich wollte ja da machen, ne? Da Eier holen und dann... Heya! Heya! Oh... Eier Ich weiß aber gar nicht wie das geht Oder braucht man dafür doch Weizen? Ne, eigentlich nicht Ich schau mal kurz, Wiki Google Kuchen Miene Kraft Was? Wiki Kuchen Google Kuchen? Äh, ne... Wiki Google Kuchen Miene Kraft Kuchen Man braucht drei Milch Zwei Zucker Ein Ei Drei... Ach so, ja, man braucht ja drei Milch Okay Moment, ich schütte hier mal kurz Wasser rein Ich schütte hier mal kurz Wasser rein Also oben drei Milch In der Mitte ein Ei Link... Linksmitte... Und rechtsmitte Zucker Und unten drei Weizen Okay, dann brauchst du da doch Weizen für... Okay, gut Wunde dich übrigens nicht über das Wasser bei der Hühnerfarm Das ist extra da Okay Dann wunde ich mich nicht darüber Und das ist unser Aufzug Yay Dann los Hä, warum komm ich hier nicht weg? Oh Leute Die wollen mich verarschen So, jetzt hier aber Jetzt geht's hier aber ab Oh man Okay, ich hab mir vier als nächste gemacht Wozu? Ach so, um den Wald abzuholzen Ja, das machen wir dann aber nächste Aufnahme Und die Aufnahme ist nämlich eigentlich schon vorbei Nee, das mache ich jetzt Nee, Spaß Ja, aber... Also müssen wir das dann noch nachpflanzen Und wir müssen den Wald ganz weg haben Gute Frage Also mir ging es jetzt eigentlich nur darum, dass wir mit den Pferden gescheit durch den Wald durchreiten können Okay, da muss immer dann auch die Zepplinge kaputt haben nämlich Sind ja durch den GSS immer automatisch Zepplinge gepflanzt Darf das richtig? Hallo? Warum geht denn das hier nicht? Mando Hast du gehört? Ja, hab ich gehört Natürlich, ich höre doch alles was du sagst Okay Mhm, hast du gerade was gesagt? Halti Oha, da fängst du ja schon richtig an hier auszuflippen Hä Was ist mit dem, äh Kuchen 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 Ähm, drei Drei Milch oben In der Mitte ein Ei Links rechts Zucker Und ganz unten drei Weizen Gute Gucken wir mal, ob das so richtig ist Oh, das funktioniert Schokokuchen Okay Den stellen wir uns hier an die Hühnerfarm Äh Da hin Oh, der Baum möchte nicht abgeholzt werden So Das Baum Ich mach das jetzt einfach so, wie du das immer machst Ich schmeiß jetzt hier einfach alles rein In die Kiste Ja, hab jetzt auch extra bei deinem Wohnen ein bisschen Ein paar Kisten hin gemacht Ach, das ist nett von dir Die müssen wir dann irgendwann mal, äh, sortieren Genau Ja, mach ich aufs Köln Mach du immer alles aufs Screen machen willst Wir machen daraus jetzt ein Offscreen Let's Play Okay Ist ja total logisch Natürlich Weißt du einfach ein Video Okay, hier beginnt's Okay, ich bin jetzt mal Ich mach hier zu Ende Ich mach hier ein bisschen Offscreen Und dann Okay, wir sind jetzt fett Ich hab den Enderdrachen giggelt Aber Offscreen natürlich Selbstverständlich So, hier war ein großer Baum Der Nicht automatisch abgolst werden will Ja Bin ich voll scheiße von dem Immer den, die Seprixite abmachen Mach ich doch Ja Eigentlich mach ich das Dann hab ich das wahrscheinlich gerade vergessen Jumpen ran Okay, ich würd sagen Das reicht jetzt aber erstmal für die Aufnahme Das reicht jetzt aber erstmal für die Aufnahme Wir können ja dann nächste Aufnahme weitermachen Wir müssen ja auch nicht den ganzen Wald abholzen Mhm Ich hab eh Lust dafür müssen Crowley in mein Will Oh Hab schon lange nicht mehr gespielt Ich vibriere nun gerade Warum vibriere ich? Du vibrierst? Gucken wir mal, warum ich vibriere Aha Äh, okay Ich würd sagen, wir beenden erstmal die Aufnahme Ich antworte da auf die SMS gleich Nach der Aufnahme Ui Und dann Ja Haha, ja Klebestreifen Ja Von René oder? Was? Ne, Klebestreifen Also Klebestreifen Hier, Q von QBuild Ah Klebestreifen Naja, wie gesagt, wir können ja jetzt erstmal die Äh, ja mach ich Ähm, wir können ja jetzt erstmal die Aufnahme beenden und so Ne? Und dann, ja Das möchte ich nicht Ich hätte da so gezwungen Leute Ruf das FBI an Okay, ich würd sagen, dann mach ich jetzt Äh, dann stell ich mich jetzt einfach hier hin Moment, wo haben wir denn mal einen schönen Ausblick auf irgendwas Gucken wir uns doch unsere Pferde an Aber das stinkt Ja, mir doch egal Die Zuschauer müssen es ja ertragen Okay, also wir waren schon Ein bisschen fleißig Om nom nom So Ja, ein bisschen fleißig So, wenn du jetzt die Aufnahme nicht Also wenn ich jetzt die Aufnahme nicht beenden darf, dann darfst du jetzt alleine einen Unterhalter machen Ich guck jetzt einfach den Pferden zu Okay, ähm Okay, ähm Also hallo Jetzt bin ich alleine Und jetzt sollte ich mal zwei Stunden Holz fällen Viel Spaß Man sieht dich aber nicht, du musst mich mitnehmen Oder warte kurz, ich kann's so machen So, jetzt sieht man nicht so halbwegs Okay, dann muss ich dich halt mitnehmen Okay Okay Okay, hier hast du einen guten Ausblick Hallo Ich mach jetzt Äh, äh Da Hm Okay, Achtung Pfff Boah Nee, kannst du dich beenden Nö, jetzt will ich nicht mehr Okay Also Glück Kann mir recht sein Na Oh Oh, was hätte ich was vergessen Oh, was hätte ich was vergessen Heps Hat sich Mike stumm gestaltet? Nö Nö Ich schreib nur gerade eine SMS Ja toll Er ist schon wieder am Am SMS schreiben mit seiner Freundin natürlich Klebestreifen Die ist zusammen Seit neuestem Haben wir auch schon ein Kind Genau Boah Das sind ja nicht meine Folgen Boah, das sind ja nicht meine Folgen Aber nur außerhalb ohne dich Mhm Du drückst mich runter Du bist moralisch schlecht für mich Genau Weißt du was, eine Sache mache ich zum Ende der Aufnahmen noch ganz schnell Ähm Achso übrigens, das im Chat hat man nicht gesehen, aber jetzt sieht man's So, bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal TChe Ich meine Millionen